In diesem Video schauen wir uns mal die besten Nahrungsergänzungsmittel für die Entgiftung der Leber an. Wir klären die Frage, sind Nahrungsergänzungsmittel überhaupt dafür geeignet, sind sie sinnvoll und wir schauen natürlich auf die allgemeinen Detox-Maßnahmen, was sind sie wert. Und dann spare ich Ihnen noch eine Menge Geld und eine Menge Zeit, denn wir gehen natürlich auch noch auf die sinnlosen Detox-Empfehlungen ein, die da draußen gerade im Internet ach so toll angepriesen werden. Und natürlich sprechen wir auch noch über Dosierungen und wie Sie das Ganze angehen können mit Ihrer Leber. Also los geht's! Und wir starten ganz zu Beginn mit diesen allgemeinen Detox-Empfehlungen und ich erkläre Ihnen, warum die auch wichtig sind und warum sie sinnvoll sind. Wir sollten natürlich erstmal unsere Leber mit diesen guten Stoffen unterstützen, die sie benötigt, damit wir diese Stoffwechselprozesse machen können. Die Leber hat ein unglaubliches Potenzial, die Dinge zu entgiften, aber sie braucht einfach wichtige und richtige Nährstoffe dafür. Und die stecken halt einfach mal in der grünen Ernährung oder in gesunder Ernährung. Im Laufe des Videos schlage ich Ihnen noch einige Lebensmittel vor, das wird super, super spannend. Sie werden dann immer tiefer und besser verstehen, wie die Leber unseren Job macht und wieso sie diese biochemischen Moleküle dafür braucht. Und eine große Sache, über die wir sprechen müssen, ist tatsächlich das Eiweiß. Viele Menschen wissen nämlich nicht, dass wenn wir Eiweiß essen und Eiweiß verdauen, dann eine große Aufgabe unserer Leber zumuten. Warum? Das Eiweiß muss regelrecht entgiftet werden. Und die Leber bildet hier beim Abbau von Eiweißen einen Stoff, der sogenannte Ammoniak. Und dieses Ammoniak muss einfach entgiftet werden. Das heißt, es ist also keine gute Idee, wenn Sie eine Entgiftungskur machen wollen oder machen müssen, dass Sie dann auf eine sehr, sehr eiweißreiche Ernährung umsteigen. Also bleiben Sie eher bei mageren Proteinen, bei weniger Proteine, wenn Sie Ihre Leber entgiften wollen. Und dann ist es natürlich noch ganz wichtig, dass Sie viel trinken, sich viel bewegen. Warum? Wir wollen nicht nur entgiften, sondern wir wollen natürlich auch ausscheiden. Und das funktioniert natürlich mit viel Trinken. Eines der wichtigsten Dinge ist natürlich, dass Sie Giftstoffe vermeiden. Also es macht gar keinen Sinn, dass Sie irgendwie eine Entgiftungskur machen und weiter irgendwie Giftquellen wie Schwermetallen, Pestiziden, Chemikalien und so ausgesetzt sind. Ich habe häufig in meiner Praxis Arbeiter, die aus der Chemie kommen und so weiter. Natürlich versuchen wir, das Giftfass wieder kleiner zu machen. Aber am Ende des Tages müssten Sie sich einfach den ganzen Arbeitsschutzmaßnahmen und so weiter unterziehen. Sie wissen ja selber, wie es zugeht auf der Baustelle mit giftigen Stoffen in der Chemie oder auch bei der Feuerwehr, wenn man sich nicht richtig schützt. Also ganz wichtig, Giftstoffe vermeiden. Und dann ganz, ganz wichtig, die Bitterstoffe. Warum? Wir müssen unsere Leber anregen, damit sie gute Säfte bildet. Also der Gallensaft, der wird ja in der Leber gebildet. Der Gallensaft ist unter anderem auch dafür verantwortlich, dass wir dann ein Stück weit unsere Giftstoffe wieder loswerden. Und die guten Polyphenole, die guten Inhaltsstoffe von Bitterstoffen, die sorgen einfach dafür, dass dort unten der Leber-Gallenblasen-Laden recht gut läuft. Schauen Sie bitte drauf, wenn Sie Bitterstoffe nehmen. Es gibt viele populäre Bittertropfen, die Alkohol enthalten. Meine sind alkoholfrei aus bestimmten Gründen. Schauen Sie auch, dass Sie eher Tropfen nehmen. Warum? Ich bin der festen Überzeugung davon, dass der bittere Reiz, der auf die Zunge kommt, dass das wirklich auch maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass das Ganze funktioniert. Es gibt natürlich auch verkapselte Bitterstoffe. Klar, wenn es Ihnen so bitter ist, dass es nicht anders geht, dann lieber als Kapsel. Es gibt auch Bitterstoffe als Pulver. Das ist schon was für die Profis. Aber Bittertropfen, das funktioniert dann in der Regel recht gut. Die haben ja auch in den letzten ein, zwei Jahren wirklich hohe oder große Popularität gewonnen. Gerade die Mariendistel ist hier unglaublich gut geeignet. Warum? Die Mariendistel schafft es einfach, unsere Leberzellen tatsächlich zu regenerieren. Zu reparieren. Es ist auch sehr gut untersucht, wenn Sie Mariendistelkapseln einnehmen, dass das recht gut funktioniert. Artischocke, Löwenzahn in ähnlicher Art und Weise. Und dann gibt es noch einen sehr, sehr interessanten Stoff, der auch Hauptbestandteil von unseren Zellmembranen ist. Und ganz interessant, es gibt da draußen im Internet so unglaublich viel Schwachsinn. Und den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Denn wir machen einen großen Fehler. Ich zeige es Ihnen gleich dann nochmal auf den Dias genauer. Wir machen einen Gedankenfehler. Wir verwechseln immer die Ausscheidung mit der Entgiftung. Und das, was ich Ihnen jetzt hier vorstelle, das sind sogenannte Ausscheidungsmethoden. Ich erkläre Ihnen gleich nochmal den Unterschied, die dann als Entgiftungsmethoden geführt werden. Und dazu gehört beispielsweise hier die Bentonit-Darmreinigung. Was bedeutet das? Bentonit ist ein Stoff, der sehr viel Wasser binden kann, der so ähnlich ist wie Zeolit. Und dem sagt man halt nach, dass der eine unglaublich tolle Giftstoffresorption hat und so weiter. Ja, er ist in der Lage, die Giftstoffe, die im Darm sind, zu binden. Allerdings zu dem Preis, dass sie auch ihren guten Darmschleim binden. Bentonit ist nichts anderes als Katzenstreu. Viele Menschen sagen, ich mache eine Bentonit-Darmreinigung in Verbindung mit Flohsamen. Was sollten sie eigentlich sagen? Ich missbrauche einen Stoff, um meinen Stuhlgang etwas einzudicken und ein paar Giftstoffe zu binden, die ohnehin im Darm schon drinnen wären. Das wäre die bessere Formulierung. Also es macht uns nichts an der eigentlichen Verbesserung der Leberleistung. Auch die Leberentgiftung, was es da gibt mit Grapefruit-Saft, Olivenöl und so weiter, Gallensteine rausspülen. Auch hier gibt es keine einzige Untersuchung, die zeigt, dass das wirklich funktioniert. Diese Effekte sind vermutlich dazu da oder so erklärbar, dass es eben hier einen Klottungseffekt gibt in Verbindung mit diesem Olivenöl. Also auch hier machen Sie lieber andere Dinge, bevor Sie sowas machen. Fußbäder. Es gibt ja diese Elektrolyse-Fußbäder. Totaler Schwachsinn. Da wird Ihnen gesagt, Ihre Füße sind deswegen so schmutzig, weil Sie hier Giftstoffe ausgeleitet haben. Schmarren. Es funktioniert bei jedem, dass die Füße dort in diesen Elektrolyse-Fußbädern schwarz werden. Es sind einfach elektrochemische Prozesse, die hier stattfinden. Fußbäder allgemein. Ja, natürlich Fußbäder können etwas die Hautporen öffnen, aber machen nichts und gleich gar nichts daran, dass Ihre Leber besser die Giftstoffe umwandelt und ausscheidet. Und dann haben wir noch diese komischen Entgiftungspflaster aus der chinesischen Medizin. Auch das können Sie vergessen. Auch Kurkuma, Ingwerschutz und diese Dinge. Die haben andere Vorteile, aber eben nicht zur Entgiftung oder zur Verbesserung der Entgiftungsleistung. Schwitzen, ganz, ganz klassisch, Ausscheidung. Es gibt nur einen Giftstoff, wo wir wissen, dass er in der Sauna gut rauskommt. Das ist Bisphenol A, also dieser Weichmacher. Das ist dann tatsächlich so eine kleine Entgiftung, weil einfach über den Schweiß dieser Giftstoff tatsächlich nach außen dringen kann. Aber in der Regel muss es so sein, dass die Leber erstmal chemische Seitengruppen dran baut an diese Giftstoffe, damit sie dann wasserlöslich sind und aus dem Körper gelangen können. Und auch die Fastenkuren und so weiter gehören dazu. Klar, wir haben natürlich hier mal eine deutliche Reduktion der Giftstoffe oder der Produkte, der Stoffwechselprodukte, die durchs Essen entstehen. Wir haben natürlich positive Effekte. Aber wird es Ihre Leberleistung ursächlich verbessern? Vermutlich eben nicht. So, und jetzt klären wir das Wichtigste, was Sie verstehen müssen, wenn es ums Thema Entgiftung geht. Nämlich der Unterschied zwischen Entgiftung und Ausscheidung. Und wir haben hier links den ersten Schritt. Das ist die Entgiftung. Der zweite Schritt ist die Ausscheidung. Und Sie können nur die wasserlöslichen Giftstoffe ausscheiden, die fettlöslichen Giftstoffe, die viel giftigeren Dinge. Die muss immer die Leber entgiften. Die muss da richtig ran. Die muss da richtig biochemisch arbeiten, Seitengruppen dran bauen. Ich erzähle Ihnen gleich, wie das Ganze genau funktioniert. Also der Weg geht über die Leber. Und dann haben wir unsere Ausscheidungsorgane, wie Lunge, wie die Haut, wie der Gallensaft, wie der Darm, wie die Niere. Die sorgen dann dafür, dass diese bereits entgifteten, umgewandelten Stoffe rausgehen aus unserem Körper. Das ist das Wichtigste, was man verstehen muss. Und diese bösen Giftstoffe, die sind die fettlöslichen, die müssen wir dann wasserlöslich machen. Und das ist die große Leistung der Leber, dass sie das kann, dass sie eben aus fettlöslichen Giftstoffen wasserlösliche Giftstoffe machen kann. Und paradoxerweise entsteht bei diesem Prozess für ein Zehntel einer Sekunde ein noch giftigerer Stoff im ersten Schritt der Leberentgiftung. Das Ganze nennt man dann Biotransformation der Leber, ehe dann viele, viele kleine Seitengruppen dran kommen. Und ganz wichtig zu verstehen ist, dass das System nicht funktioniert, wenn es um Schwermetalle geht. Schwermetalle binden sich mit einer ganz, ganz festen Molekülkraft, mit einer ganz festen Bindungskraft in den Zwischenzellraum. Sie kleben sich an körpereigene Eiweiße dran und hat die Leber keine Chance, diese Schwermetalle zu entgiften. Also hier brauchen wir andere Methoden. Und wenn wir das Ganze, was wir jetzt besprochen haben, mal übertragen auf diese Folie, dann sehen Sie rechts diese ganzen Ausscheidungsmaßnahmen. Und Sie können sich jetzt in Zukunft immer fragen, wenn Ihnen jemand irgendeine Entgiftungsform andrehen will, was mache ich da eigentlich? Mache ich da tatsächlich Leberentgiftung oder mache ich tatsächlich eine Verbesserung der Ausscheidung? Und Sie sehen hier links auf der linken Seite, da habe ich die grünen Detox-Smoothies hingeschrieben. Ja, weil die sind tatsächlich in der Lage, so wie auch Gemüse und so weiter, hier natürlich wichtige biochemische Stoffe zu liefern, die die Leber dann wiederum braucht, damit sie diesen Job auf der linken Seite machen kann. Dazu habe ich Ihnen schon viele Videos gedreht, wenn Sie das näher interessiert, einfach mal auf dem Kanal schauen. Grundsätzlich sehe ich immer wieder, dass viel zu wenig Menschen noch eingeschrieben sind hier im Kanal. Drücken Sie die Glocke, abonnieren Sie diesen Kanal, warum YouTube schlägt Ihnen dann immer wieder automatisch Videos vor. Nicht nur von meinem Kanal, die thematisch zu den Videos passen, die Ihnen gut gefallen und die Sie ohnehin anschauen. So und jetzt müssen Sie für 20 Sekunden stark sein und im Video bleiben. Wir sprechen jetzt ganz kurz über die zwei Phasen, wie die Leber diese Giftstoffe umwandelt. Einmal haben wir das Zytochrom P450. Wenn Sie regelmäßig Medikamente nehmen, dann wissen Sie, dass das eine oder andere Medikament von der Leber schneller verstoffwechselt wird oder langsamer verstoffwechselt wird, wenn wir hier eingreifen mit beispielsweise Grapefruit, was dieses Zytochrom P450 beeinflussen kann. Und auf gut Deutsch kommen da einfach ein Haufen Seitenketten hin, so kann man sich das vorstellen. Also die Leber, die baut da allerhand chemische Seitengruppen hin. Und das viel Interessantere ist, wo kommen diese Seitengruppen eigentlich her von unseren Nährstoffen? Und der erste Schritt in der Leberentgiftung, wo die Leber dann einen noch giftigeren Stoff bildet, der für ein paar Zehntelsekunden im Prinzip in der Leber dann aktiv ist und sofort in diesem zweiten Schritt, in dieser zweiten Phase entgiftet wird, das sind Nährstoffe aus B-Vitamin, aus Folsäure, Glutadion und natürlich viele Pflanzenstoffe, viele Flavonoide. Die sind dann dafür verantwortlich, dass diese Phase 1 gut läuft, wo die Leber ganz kurz nochmal einen giftigeren Stoff macht. Und in der zweiten Phase wird sofort entgiftet und hier ist Glutadion einer der Haupttreiber und über Glutadion werden wir gleich noch sprechen. Wir brauchen auch bestimmte Aminosäuren dafür, wir brauchen Magnesium, das wissen auch die wenigsten Menschen und wir brauchen auch wieder die ganze Latte der Vitamine, vor allem der B-Vitamine. Und jetzt sprechen wir über einen ganz interessanten Stoff zur Unterstützung der Leber, den Sie vielleicht mal als Kind auch Ihrer Oma zum Geburtstag geschenkt haben. Jetzt geht es um Lecithin oder um Phosphatetylcholin, eine ganz interessante Substanz, die in allen tierischen und pflanzlichen Zellmembranen enthalten ist. Und dieses Phosphatetylcholin ist besonders auch in der Nahrung enthalten, Eier, Milch, Fleisch, Fisch und auch in Sojabohnen ist dieses Phosphatetylcholin enthalten. Und es ist einfach ein sehr wichtiger struktureller Bestandteil von unseren Zellmembranen, das ist auch wichtig für die Signalübertragung zwischen den Zellen und auch für den Fettstoffwechsel in der Leber. Und es ist einfach die Quelle für Cholin und dieses Cholin wird in sehr, sehr vielen verschiedenen Organen und bei verschiedenen Stoffwechselprozessen benötigt. Und was kann dieser Stoff in Verbindung mit der Leber? Es gibt Verbesserungen, wenn wir diesen Stoff einnehmen, beispielsweise bei Leberentzündungen, bei der Hepatitis, denn dieser Stoff kann regelrecht Leberzellen reparieren. Er verbessert die Leberfunktion und vor allem bei der nichtalkoholischen Fettleber bekommen viele Patienten die Empfehlung, diesen Stoff einzunehmen. Außerdem schützt er die Leber so ein bisschen, das heißt, er kann also hier Leberschäden verringern, die durch Toxine entstanden sind, beziehungsweise die Leber hier einfach stoffwechselmäßig auf gute Beine stellen und er kann eben die Leber ein Stück weit hier auch letztlich regenerieren, indem er die Leberzellen reparieren kann. Und Phosphatitylcholine gibt es in der Nahrungsmittelindustrie, dort ist es wichtig als Emulgator, es gibt es auch als Nahrungsergänzungsmittel, wird auch eingesetzt in der Kosmetikindustrie. Und neben diesen positiven Effekten auf die Leber hat es auch positive Effekte auf das Gedächtnis, auch hier gibt es Untersuchungen dazu und das war dann wahrscheinlich der wahre Grund, warum sie es Oma oder Opa als Kind mal schenken mussten, es war mal eine ganze Zeit richtig populär und es hat halt einfach gut geschmeckt, darum haben es die älteren Personen gerne gemocht und das ist auch so ein bisschen das Schwierige an Phosphatitylcholine oder an Lecithin, wenn sie sich das in einem großen Glas kaufen, dann sind es so kleine Perlen und das Ganze hat so ein bisschen einen sehr komischen, fettähnlichen Charakter, also das zu nehmen ist wirklich huu anspruchsvoll, man muss es irgendwie unterrühren, deswegen ist es einfach in flüssiger Form sehr beliebt oder dann als Kapseln, bei Kapseln ist dann wieder das Problem, komme ich auf gewisse Wirkstoffmengen, ist halt einfach schwierig, müsste man sehr, sehr viele Kapseln essen. Also das Ganze in den Körper zu kriegen ist nicht ganz so leicht. Ganz leicht hingegen geht es hier bei unserem nächsten kleinen Zauberkerl, jetzt geht es um N-Acetylcystein, den kann man ganz einfach und problemlos in Kapseln schlucken, besser so, weil er riecht ziemlich schweflig, es riecht ein bisschen nach verfaulte Eier, warum? Dieser Stoff bringt Schwefelgruppen ins System. Das heißt, die Leber braucht also Schwefelgruppen, damit sie ihren Job gut machen kann, damit sie diese ganzen Helferlein und Moleküle bauen kann und hier N-Acetylcystein ist eben eine gute Quelle für Schwefelgruppen. Außerdem hat es einen sehr, sehr guten Effekt, einen immunologischen Effekt. Das ist eines meiner Lieblingsmittel, sowohl in der Infusion als auch oral, wenn jemand irgendwie eine Erkältung hat, eine Grippe hat, warum? Es bricht auch den Schleim auf. Jeder kennt diese Tabletten aus der Apotheke, diese Brause-Tabletten, die eingesetzt werden als Hustenlöser. Da ist nichts anderes drin als N-Acetylcystein, natürlich noch ein bisschen mit Sprudel und eventuell Zuckeraustauschstoffen. Also um diesen Stoff geht es hier und der Stoff hat einfach die Eigenschaft, über diese Schwefelgruppen, über diese Schwefelbrücken, die drinnen sind, den Schleim aufzubrechen. Das heißt, wenn sie also belegt sind, wenn sie eine Brünchitis haben und so weiter, dann ran mit N-Acetylcystein und dann kommt der Schleim verflüssigt einfach gut raus. Kann man übrigens auch intravenös geben, das Ganze. Und dann hat es noch einen zweiten Vorteil. Es kommt zur sogenannten Biofilmablösung. Vielleicht kennen Sie die Diskussion so ein bisschen momentan. Die Darmbakterien oder schlechte Darmbakterien können sich ja mit dem Biofilm schützen. Wenn Sie irgendwie einen Kübel Wasser längere Zeit stehen lassen, dann merken Sie, dass die Oberfläche des Kübels, wenn so ein Plastikkübel so glitschig wird, das ist der Biofilm. Und N-Acetylcystein kann man hier einfach verwenden, um diesen Biofilm dann tatsächlich ganz gut abzulösen. Und wo ist es drin? Hier Knoblauch und Zwiebel. Deswegen ist Knoblauch und Zwiebel so gesund. N-Acetylcystein drin. Viele Schwefelgruppen, auch in Brokkoli. Deswegen ist Brokkoli so gesund. Und auch in Nüssen ist viel N-Acetylcystein enthalten. Und auch in Hülsenfrüchten ist sehr, sehr viel N-Acetyl enthalten. Dann haben wir aber auch noch einige andere Lebensmittel wie Eier, Geflügel oder Milchprodukte, Fisch, also tierische Lebensmittel, wo N-Acetylcystein drin ist, wo einfach auch Schwefelgruppen drin sind, gerade in Eiern. Übrigens kleiner Lifehack, wenn man so sagen will. Wenn Sie auf Eier stark reagieren. Wenn Sie also Eier essen und dann wahnsinnige Blähungen kriegen, stinkende Blähungen und so weiter, dann überprüfen Sie auf jeden Fall mal, ob Sie nicht ein Sibo haben, ein Schwefelwasserstoff-Sibo. Viele Menschen mit einer sogenannten Sibo-Belastung, mit einer Fehlbelastung im Dünndarm, wo die Dünndarmbakterien dann Gase bilden, die vertragen keine Eier, wenn Sie eben diesen bestimmten Typ des Schwefelwasserstoff-Sibos haben. Und jetzt wird es interessant, denn unsere Leberentgiftung, die ich Ihnen gerade gezeigt habe auf dem Dia, wenn Sie sich erinnern können, Schritt 1, Zytochrom P450, wo der Giftstoff noch giftiger wird, und dann Schritt 2, Glutadion, wo wir das entgiften können, wo wir es entgiften müssen, das ist ein ganz interessanter Zusammenhang, denn diese erste Phase, dieses Zytochrom P450, die ist im Wesentlichen genetisch festgelegt, da ist der Deckel drauf, da können wir nichts dran schrauben. Aber an dieser zweiten Phase, mit dem Glutadion, da können wir was dran schrauben, und das ist hier dieser Stoff Glutadion, und diesen Stoff Glutadion, den können wir eben geben. Auch wieder ein schwefeliger Stoff, so ähnlich wie das Acetylcystein. Der hat eben ganz, ganz starke antioxidative Eigenschaften, und er fördert die Biotransformation, er fördert die Entgiftungsleistung der Leber. Man sagt ihm auch nach, dass er eine sehr schwache Schwermetallausleitung macht. Verlassen Sie sich nicht drauf, ich zeige Ihnen gleich noch einen besseren Stoff zur Schwermetallausleitung, aber Glutadion kann ein bisschen, aber es ist keine relevante Schwermetallausleitung, lassen Sie sich da nicht täuschen. Und dann haben wir natürlich noch die Regeneration der Leberentgiftung. Glutadion kann man geben als Infusion, Glutadion kann man geben auch als Kapseln, und wir nehmen Glutadion auch tagtäglich auf über die Lebensmittel, wenn wir uns denn gesund ernähren. Auch so ein großes Geheimnis, warum wir uns gesund ernähren sollten, eben, dass wir die Entgiftungsleistung immer wieder am Laufen halten, denn Sie wissen, nur ein entgifteter Körper, der kann richtig alt werden, ansonsten müllen wir eben zu. Und ganz wichtige Information noch, viele Giftstoffe oder der Hauptteil der Giftstoffe, die wir in unserem Körper haben, die nehmen wir jetzt nicht wahr, weil wir an einer Industrieanlage vorbeigehen. Nein, diese Giftstoffe, die sind Stoffwechselprodukte, die im Prinzip tagtäglich, jede Sekunde entstehen, damit unser Organismus am Laufen gehalten werden kann. Also so ähnlich wie wenn Sie mit dem Auto fahren und da kommt hinten Abgas raus, so läuft das im Körper auch. Und diese giftigen Stoffe, oder nennen wir sie einfach Stoffwechselprodukte, die müssen eben halt hier auch von der Leber ein Stück weit entgiftet werden. So, Glutadion, Spargel, Avocado, Spinat, grünes Blattgemüse, auch in Okraschoten, und Brokkoli, ein super, super Gemüse, super Lebensmittel, was uns immer hier wieder über den Weg laufen wird. Auch der Knoblauch, auch die Zwiebeln, auch die Tomaten, die liefern eben hier auch das Glutadion. Wichtig auch, wenn Sie Knoblauch nicht vertragen, wenn Sie Zwiebeln nicht vertragen, auch hier könnte so eine Sibubelastung, eine Fehlbelastung oder eine Überwucherung der Dünndarmflora vorhanden sein. Also, da könnten Sie auch mal dran denken, hier Videos anzuschauen oder in diese Richtung weiterzudenken. Und jetzt kommen wir zu unserem dritten im Bunde, einem wahren Superhelden, dem ich schon ein ganzes Video gewidmet habe. Er kann die Zellen vor oxidativen Stress schützen. Er hilft, dass wir Antioxidantien wie Vitamin C oder Vitamin E wieder regenerieren können. Er hat eine große Aufgabe im Glukosestoffwechsel. Er wird zur Behandlung von diabetischer Neuropathie eingesetzt. Also, wenn die Diabetiker Nervenschmerzen an den Füßen bekommen, er kann die Insulinempfindlichkeit verbessern, was eben bei der Kontrolle vom Blutzuckerspiegel hilft. Und er hat auch mögliche positive Effekte auf die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, kann also das Risiko oder könnte das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduzieren. Und einige Studien deuten sogar darauf hin, dass hier eine bessere Gewichtsabnahme mit Alpha-Liponsäure möglich ist. Also, Alpha-Liponsäure, so heißt dieser Stoff. Und dieser Stoff kommt eben auch in sehr vielen Lebensmitteln vor, die wir jetzt schon genannt haben, wie eben der Brokkoli ist hier wieder zu nennen oder auch die Tomaten sind zu nennen, aber auch Spinat und so weiter, vor allem auch rote Beete, enthält Alpha-Liponsäure, ebenso wie rohes Fleisch oder auch Innereien. Also, was macht dieser Stoff? Er hat multiple Aufgaben im Organismus, aber er hat eine oder zwei große interessante Eigenschaften für die Leberentgiftung. Erstens mal, dieser Stoff kann eine schwache Schwermetallausleitung machen. Für Blei, für Quecksilber, Cadmium und diese ganzen Dinge. Warum? Er ist in der Lage, auch die Blut-Gehirnschranke zu durchdringen. Alpha-Liponsäure kann das einfach. Also, wenn Sie ein Problem haben mit Schwermetallen, eine ganz schwache Alpha-Liponsäure-Gabe kann hier schön unterstützen und ausleiten. Ich sage gleich nochmal was zur Dosierung. Und dann kann Alpha-Liponsäure die Leber wieder anregen, dass sie mehr Glutadion bildet. Alpha-Liponsäure regeneriert hier regelrecht die Leber und das ist so eines dieser ganz großen Pluspunkte von Alpha-Liponsäure. Aber wir müssen bei Alpha-Liponsäure wirklich aufpassen mit der Dosierung, denn es gibt zwei verschiedene Formen. Einmal die sogenannte R-Alpha-Liponsäure und einmal die L-Alpha-Liponsäure. Einmal haben wir die R-Alpha-Liponsäure, das ist die natürliche Form, so wie sie in der Natur vorkommt. Und dann haben wir die L-Alpha-Liponsäure, das ist die synthetische Form. Das ist quasi das Molekül nur gespiegelt. Und in den Apotheken, da werden Sie eher die L-Alpha-Liponsäure finden. Das ist also nichts Schlimmes in dem Sinn, sondern wir müssen nur mit der Dosierung etwas aufpassen. Oder Sie können im Nahrungsergänzungsmittelbereich die R-Alpha-Liponsäure finden. Und jetzt muss man wissen, dass die R-Alpha-Liponsäure aufgrund ihrer Bioverfügbarkeit und aufgrund ihrer Eigenschaften hier einfach besser funktioniert oder besser bioverfügbar ist, weshalb man schneller überdosieren kann. Okay, das bedeutet also, wir sollten hier bei der R-Alpha-Liponsäure eher im 100 Milligramm-Bereich bleiben. Bitte seien Sie vorsichtig mit der R-Alpha-Liponsäure. Die funktioniert wirklich gut. Vielleicht jeden zweiten Tag erst nehmen und nicht zu viel einnehmen. Wohingegen wir bei der L-Alpha-Liponsäure, dann wenn Sie ein Mittel vom Arzt verschrieben bekommen für Ihre diabetische Neuropathie, dann eher im Bereich von 300 oder 600 Milligramm täglich sind. Wie gesagt, das eine ist nicht anders oder nicht besser oder schlechter. Wir müssen nur etwas aufpassen mit der Dosierung. Und wenn wir bei der Dosierung schon sind, geht es weiter zum Glutadion. Hier finden Sie das reduzierte Glutadion, 100 bis 500 Milligramm täglich oder 200 Milligramm täglich. Je nachdem, wie man das einsetzen will. Ich empfehle grundsätzlich, wenn Sie diese Nahrungsergänzungsmittel nehmen, zur Entgiftung vorsichtig zu sein, damit Sie sich also nicht irgendwie überfordern in der Entgiftungsleistung. Dann gibt es eine große Diskussion zum S-Acetylglutadion. Das ist ein teurerer Stoff. Es wird Ihnen gesagt, dass dieser Stoff besser bioverfügbar ist. Das stimmt auch. Dieser Stoff flutet quasi schneller an. Er geht schneller in den Körper. Wir kommen schneller auf relevante Konzentrationen. Aber am Ende des Tages funktionieren beide Mittel im Prinzip gleich gut. Ich nehme persönlich S-Acetylglutadion, weil es einfach so ungleich teurer ist. Nur bei Patienten, wo ich einen ganz, ganz schnellen Effekt brauche. Beispielsweise eben bei Krebspatienten. Also hier ein bisschen aufpassen. Dann N-Acetylcystein gibt es im Prinzip in jeder Apotheke, gibt es auch in Nahrungsergänzungsmittelgeschäften. Und hier kann man tatsächlich bis zu 3 mal 600 Milligramm für Erwachsene hochgehen. Leider, leider fällt es jetzt dann bald raus aus den Nahrungsergänzungsmitteln. Und es wird dann nur noch in den Apotheken verfügbar sein. Wird vielleicht nur ein bisschen dauern, aber das ist schon leider eine beschlossene Sache. Eines meiner absoluten Lieblingsmittel. Und alle drei vorgestellten Nahrungsergänzungsmittel bzw. Wirksubstanzen, die können Sie auch sich geben lassen bei Komplementärmedizinern eben als Infusion. Ich hoffe, das Video war nützlich für Sie. Jetzt kennen Sie auch das Geheimnis, warum in Phytokonvert nicht nur Glutadion enthalten ist, sondern auch noch Brokkoli-Extrakt. Und warum die Bittertropfen alkoholfrei sind. Bitte abonnieren Sie den Kanal, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat. Teilen Sie es mit Ihren Freunden, denn viele Menschen haben eine komplett falsche Vorstellung, was Leberentgiftung eigentlich heißt. Danke an die Kanalmitglieder, die diesen Kanal unterstützen. Wir sehen uns beim nächsten Live und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dann, danke fürs Zuschauen.